Prozent Dilden Südkorea bringt er ist nicht allein er ist definitiv schneiden denn hier ist ja ganz viel los aber so mit und backup so ein bug habe ich echt noch nie gehabt wir müssen jetzt wirklich noch diese 20 Sekunden herum warten oh jetzt in den letzten 15 Sekunden macht das auf einmal ohne Worte so Werkstatt und es ist niemand in meiner Nähe das ist mal wieder ja typisch am besten muss man jetzt noch der Typ direkt vor mir spawnen und dann ist alles cool so das ist mir die Anfangszeit immer passiert schön oh hier ist ich da direkt aber hier ist jemand oh oh bist du das? ähm der scheint na gut ich geh mal da hinten zu dieser was auch immer Ecke bist du die mit dem Werkzeugkasten? ja gut ah ja irgendjemand hat sein Visier äh war der nicht eben bei uns schon drinnen? der Spieler? ja das war der ja bei mir leckt das schon wieder ey ja bei mir auch aber solange der Fähigkeitscheck funktioniert das ist alles cool da läuft echt schon wieder amok der Typ na gut dann ähm mach mal den Generator oh Gott das leckt bei mir richtig Alter wie würdest du denn da gerade aus oder dich verstecken? da läufst du ja genau dahin wo du gar nicht hin willst ja oh man ich würde lachen wenn das gleich noch der selbe Piller ist ups du bist ja mutig ja mach ich ich hab die Werkzeugkiste also jetzt zieh sie einfach mal ein bisschen raus das leide die anderen immer gleich abwauen wenn der Generator in die Luft geht naja normalerweise rennt dann auch der Killer auch direkt dahin ne aber diesmal wieder nicht oh du siehst mich bitte nicht ja mach ruhig dein Ding ok oh eine Kiste die mir jetzt nichts bringt wo bist du hin? wer? ich bin am Bus ich bin am Bus wenn du mich meinst ach so ok du hast auch noch mal weg äh hier da oder? bin ich blind bin ich oh oh wo ist der? das ist jetzt gerade ganz ungünstig dass hier etwas angegangen ist sag mal verfolgt er seine Opfer gar nicht? ähm den einen scheint er zu verfolgen ok ok ja ja space aha was? äh das schaffen wir dann wirklich dann nur wenn wir warte mal der müsste ihn ja jetzt theoretisch woanders hinbringen siehst du wo er ihn hinbringt? gerade nicht denn dann würde ich sagen wir nutzen einfach mal die Chance auch wenn ich hier herumzacke komm her ok gut 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 er macht genau das Gegenteil das ist ähm super aber er fragt natürlich der, die verletzt ist jetzt sehen wir uns mal kurz getrennt aber ich denke mal dass wir uns gleich wiederfinden werden hoffe ich ja ich bin hier noch an der gleichen Stelle aber ich hab den anderen gerade vom Haken geholt aber die Zeit muss man auf jeden Fall nutzen scheiße na ich schaffe nur dass er jetzt da weg geht oh sagt nicht zu viel rum ich sehe ihn jetzt erstmal nicht ich hab geholfen das war's mir wert oh Gott 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 oh ihr seid aber alle ganz schön zerstreut jetzt so ich hab nen kleinen Ablungsmanöver gestartet hab mir Generaturen das hätte ich bei einer gesagt oh man da hier ist sogar noch ein Genauter in der Nähe aber er ist immer noch bei dir ne ja jetzt ist er wieder hergekommen Alter was sonst ist hier doch nicht soll ich zu dir oder bringt das nix äh da zieht's lange Kreise oh ich muss kämpfen ich hab also ich hör immer noch Knopfen da scheint große Kreise zu laufen mhm aber ihr alle drei seid hier irgendwie unterwegs die zwei nur noch und da haben wir auch direkt n Alter das ist doch jetzt nicht euer Ernst oh darf ich mal ja aber klar das nimmst du gleich mich die noch heil ist oder was ich glaub du hast so steht man wohl ins Hirn geschickt genau ja das ist voll hässlich aus mit deinem Auge ja 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 klar das sind die leider hin ich wollte gleich die Parktandy hier war sowas geklaut gut dann mach ich mal hier was schnell was ich komm gleich zu dir gut das war der Haken oh Gott komm schon komm schon komm schon komm schon ich bin oh Gott uuuu natürlich erinnert dich gleich wieder ins Visier na ich bin in die Arme gelaufen oh Gott ich brauche ein besorgen Gott der lässt mich liegen das ist aber der in der Nähe oh shit ist er klopfen ich auch ich auch ah ja jetzt nimmt er dich auf ah das ist heizend ja so was bringt er natürlich nur dann wenn auch ich was hat er mich los gelassen jetzt habe ich kein klopfen mehr jetzt habe ich jetzt leuchtet meinen Perk wieder auf na komm hier mach und 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 Funktioniert doch Funktioniert doch Das fühlt sich ganz gut an ja das ist immer so manchmal wenn du zu früh klickst sag ich jetzt da kriegst du trotzdem Punkte strange na gut boah das leckt aber auch ja da müssen wir dann vielleicht nochmal einen anderen Server probieren also eine andere Region oh Gott mach dein Ding Jungen ok 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 oh es darf ihn in unsere Richtung natürlich das ist gerade ganz auf lauf oh man ok der Keller stand direkt vor mir hab mich nicht gesehen oh Sparta Tarn hat er warte mal da ist ein Generator ok wo ist er denn da toll ich bin hier direkt am Haken das ist natürlich ein günstiger Platz das ist natürlich ein günstiger Platz na wo wartet der Killer jetzt ah wo wartet der Killer jetzt ah der Sparta macht Tänze was weiß ich ooooh der geht in eine andere Richtung naja so dann können wir hier auch was machen passt doch hi tschüss aah hat er dich jetzt echt erwischt na hab ich's gar nicht na das wird's ein bisschen nervig oh hi oh aah ach meine Gute nein 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 rein rüsten Mensch haa pfff er lässt er sich natürlich Zeit ist da gleich ein Haken in der Nähe ja direkt äh quasi ein Schritt weiter Ja.